Mitgliederbefragung bei der FDP Kommt doch noch der nötige Rechtsruck? Schäfflers Parteirebellen erringen ersten Erfolg Die EU-Rebellen um Frank Schäffler von der FDP haben ihr erstes Etappenziel erreicht. In nicht einmal vier Wochen lagen deutlich mehr als die erforderlichen 3.300 Unterschriften zur Initiierung einer Mitgliederbefragung der Parteibasis vor. Es geht um den ESM, den europäischen Stabilitätsmechanismus, der die in der vergangenen Woche beschlossenen Ausweitung des bisherigen Rettungsschirms EFSF ab 2013 ablösen soll. Schäffler erwartet eine klare Mehrheit der Basis gegen die Ausweitung der Transferunion. Wäre dem so, müsste die FDP auch im Bundestag und Bundesrat gegen den ESM, also gegen den Koalitionspartner CDU-CSU, stimmen. Die Parteispitze hat bereits Gegenmaßnahmen angekündigt. Sie will einen eigenen, regierungskonformen Antrag zur Abstimmung bringen. Die Blöße auf Druck der eigenen Parteibasis gegen die weitere Stützung der international agierenden Banken, mit Steuergeldern agieren zu müssen, möchte sich die Splitterpartei auf keinen Fall geben. So ist eine umfassende parteiinterne Kampagne geplant, die den Stabilitätsmechanismus schön reden soll. Das extrem schlechte Abschneiden der FDP bei den letzten Wahlen, immerhin durch die Bank schlechter als die in allen Medien als rechtsextremistisch verteufelte NPD und knapp über der 1%-Marke versucht, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger in einem auf ihrer Webseite veröffentlichten Interview am euroskeptischen Kurs speziell der Berliner FDP festzumachen. Die FDP-Spitze hat wiederholt deutlich gemacht, dass es keinen neuen Kurs gibt. Die Liberalen sind die Europapartei. Ihrer Meinung nach wünscht die Mehrheit der Wähler ein klares Ja zu den Rettungsaktionen in der Eurozone. Eine Abkehr von dieser Linie würde die FDP weiter in der Wählergunst sinken lassen. Vielleicht sollte sich die Justizministerin mit aktuellen Umfragen wie der am 29.09. von Mnit im Auftrag des Senders N24 Veröffentlichten beschäftigen. Diese sagt immerhin aus, dass 84% der Befragten vermuten, dass die Bundesregierung die Situation beschönigt und der Bevölkerung die Wahrheit vorenthält. 70% glauben nicht, dass EFSF, ESM und folgende Konstrukte die Krise bewältigen können. Wie auch, solange das Grundübel der Handel mit Geld, die Spekulationen an den Börsen und das Schneeballsystem von Zins und Zinseszins nicht beseitigt werden, werden immer neu öffentliche Gelder, öffentlich wirksam als Rettungsfonds und Solidarität etikettiert, von unersättlichen Finanzmärkten geschluckt. An eine Rettung Griechenlands glauben laut der Umfrage nur noch 35%. Einer wahrhaft eurokritischen FDP stände also ein Wählerpotenzial von etwa 70% zur Verfügung. Wäre da nicht die Bundesführung, die Ackermanns Kanzlerin stramm in Gesäßhör griechend folgt und der FDP jede Glaubwürdigkeit nimmt. Noch wiegen sich Schäfflers Rebellen in der Hoffnung, dass es eine faire Diskussion auf Augenhöhe geben wird, die den Initiatoren die gleichen Rechte in der innerparteilichen Diskussion einräumt wie den Antragstellern des Alternativantrages des Bundesvorstandes. Das wäre ein Novum in der bundesrepublikanischen Welt der etablierten Parteien. Nicht die basisdemokratischen Grünen, Nicht die volksnahen Linken wären dann diejenigen, die sich als wirkliche Volksvertreter erweisen, sondern ausgerechnet die FDP. Das Beispiel könnte Schule machen. Schon bahnte sich bei der letzten CDU-Regionalkonferenz in Magdeburg ähnliches Ungemach an. Die Teilnehmer übten harsche Kritik an Merkels EU-Kurs und dem Umgang mit Abweichlern wie dem EU-Rettungskritiker Bosbach. Sogar die Entlassung des Kanzleramtsministers Pofalla wurde verlangt, der den Argumenten Bosbachs nur rüde Beschimpfungen entgegenzusetzen hatte. Bahnt sich nun eine Denkwende bei den regierenden Parteien an? Das zu hoffen ist fern der Realität. Die etablierten und sich selbst als demokratischen, gebenden Parteien werden auch weiter nicht denen dienen, die sie wählen, sondern denen, die sie bezahlen. Schäfflers Rebellen werden keine Chance auf Behandlung in Augenhöhe bekommen.